Ich war in einem Ort, wo niemand sein wollte Ich war in einem Ort, wo niemand sein wollte und doch zu mancher sein Mal verfolgte Viele habe ich leiden sehen und manche wohl auch lachen Mädels füllten meinen Kopf und rauchten mir meine Gefühle Die Tür blieb verschlossen und ich wurde gebrochen Vom Ende sehr nah stieg ich aus und ging da raus So endet die Geschichte, wie sie bekannt in meinem war 2 2 Untertitelung. BR 2018